Moin und herzlich willkommen zum Kuddel-Muddel-Podcast. Ja, ich habe heute eine ganz besondere Frau bei mir zu Gast. Sie ist Professorin und führende Sprachwissenschaftlerin für angewandte Public Relations und unterrichtet an der Hochschule in Hannover. Sie ist Geschäftsführerin der Kommunikationsberatung Segmenta Futurista und engagiert sich besonders für Diversity und Inclusion in der Kommunikationsbranche und hat auch die Kommunikation der Landeshauptstadt Hannover verantwortet im Jahre 2018 und 2019, als die gendergerechte Sprache beziehungsweise inklusive Sprache eingeführt wurde. Und da hat sie einiges mit zu tun gehabt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Annika Schach. Ja, danke schön für die Einladung. Habe ich alles genannt oder irgendwas ausgelassen oder was falsch gesagt? Ja, allerdings die Landeshauptstadt Hannover zum Beispiel hat schon seit über 20 Jahren geschlechtergerecht eigentlich geschrieben. Aber wir haben das Gendersternchen eingeführt und das war natürlich irgendwie ein großer Aufreger. Dieses kleine Sternchen? Dieses kleine Sternchen. Das haben wir auch ein bisschen unterschätzt. Wir haben gesagt, haben irgendwie mit Binnen-I und so weiter. Das gab es schon seit 2001 oder 2003 oder so. Aber da hat keiner was zu gesagt? Nee, nee. Aber das Sternchen, das piekst du auch so ein bisschen? Das Sternchen, das war dann ein großes Thema. Ja, was hast du dir dabei gedacht? Wobei du das gar nicht verantwortet hast. Ja, genau. Lustigerweise, ich habe ja die Kommunikation dort geleitet und natürlich alle Themen rund um die Stadt und die Stadtverwaltung lagen dann natürlich bei mir und bei dem Team. Und die Einführung der gendergerechten Schreibweise mit Sternchen, die fiel halt sozusagen in meine Zeit, die ich da war. Und bis heute wird mir das eigentlich noch zugeschrieben, als wäre das meine Idee gewesen, war natürlich gar nicht. Die Gleichstellungsbeauftragte und ein ganzer Ausschuss haben sich da sehr, sehr lange mit auseinandergesetzt. Und dann irgendwann kam es dann zu so einem kleinen Flyer und zu einer großen Welle der Aufregung. Was war denn deine Funktion bei der ganzen Geschichte genau? Ich habe die Kommunikation da geleitet. Also es ist ein Team von 20 Personen und ungefähr Pressesprecherinnen, Pressesprecher. Das heißt, wenn die Landeshauptstadt Hannover beschließt, wir wollen das Gendersternchen, da ist also eine Kommission und ein Ausschuss. Viele Menschen zerbrechen den Kopf und verhandeln und besprechen das alles. Und du bringst sozusagen dieses Gendersternchen aus diesem Workshop oder aus der Konferenzraum in die Öffentlichkeit. Und weil du das in die Öffentlichkeit bringst, bist du diejenige, die dann dafür hinhalten muss. Genau, hat sich bis ins Rheinland weitergetragen, dass meine Mutter sagte, was habt ihr denn da, was hast du dir denn da ausgedacht? Ja, also das ist ganz lustig gewesen, weil wir haben erst mal nur eine Pressemitteilung rausgeschickt und haben gar nicht groß gesagt, ja, wir ändern das halt ab. Ja. Und dann kam das also in so Wellen, die Medienberichterstattung, bis zur New York Times. Nein, ehrlich. Ja, ja. Und die russischen Hauptnachrichten, da war ich dann auch irgendwie mit drin. Haben die unterschiedlich geschrieben oder gleich? Naja, also... Das ist auch mal interessant. Das war ganz lustig, weil dieses Kamerateam aus Russland, ich wusste gar nicht, wofür die das dann aufzeichnen. Wir haben ja sehr viel TV-Berichterstattung da irgendwie abgehandelt und die kamen dann mit so einer mini kleinen Kamera und ich dachte, das sind so Blogger. Ja. Und dann habe ich da ein Interview gegeben und irgendwann eine Freundin von mir ist Russin und die sagte dann, du, meine Mutter hat angerufen, du warst in den Hauptnachrichten. Und ich hatte das gar nicht irgendwie am Zettel, dass das irgendwie so große Wellen schlägt. Du bist ja richtig berühmt, Annika. Ja, Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Hast du mit dieser Resonanz gerechnet? Nee, wir haben da ehrlicherweise gar nicht mit gerechnet, weil das für uns irgendwie ein ganz normales Thema war. Aber das war auch tatsächlich die erste große Landeshauptstadt, die sich dafür entschieden hat. Und ja, dann hat das natürlich große Wellen geschlagen, weil es natürlich in der Politik dann nochmal diskutiert wurde. Dann gab es eine Petition vom Verein der deutschen Sprache dagegen und dann hat sich das immer in so Wellen irgendwie die Aufmerksamkeit dann bekommen. Und es war ganz interessant, nicht nur, was das Thema angeht, sondern was so kontroverse Themen angeht. Wie geht man damit um und welche Mechanismen spielen da auch eine Rolle? Ja. Habe ich einiges gelernt. Also es war eine interessante Zeit. Ich wollte gerade sagen, du lachst da jetzt drüber. Das war bestimmt auch ein bisschen schmerzlich, denke ich mal. Lernen ist ja nicht immer nur einfach, sondern man lernt ja auch ein bisschen unter Schmerzen. Wie war das für dich? Ja, es gab so einige Punkte, wo ich mir gedacht habe, das würde ich vielleicht nicht nochmal so machen. Also wir haben zum Beispiel die Kolleginnen aus dem Gleichstellungsbüro da auch mit einem Foto zum Beispiel in Social Media mit dieser neuen Broschüre oder diesem Flyer, der das da war, irgendwie gepostet. Und da kam natürlich, man weiß man ja auch ganz viel Hass und Hetze natürlich über die Personen. Und das würde ich, glaube ich, nicht nochmal so machen. Die waren ja cool. Die haben gesagt, Gleichstellung, seit 20 Jahren will man uns abschaffen und so weiter. Die waren ja relativ cool. Aber ich habe gedacht, ich würde das nicht nochmal machen, dass ich wirklich Menschen so in den Mittelpunkt stelle von so einem kontroversen Thema. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war es vielleicht ja noch nicht so kontrovers. Und manchmal ist es ja auch gut, wenn Gesichter dahinter stehen und in der Kommunikation. Und wir müssen ja die Erfahrung ja auch machen. Und die Zeit ändert sich ja auch so schnell, wie wir damit umgehen. Wie blickst du denn jetzt drauf zurück? Ja, also für mich war das eigentlich so ein Schlüsselerlebnis, auch mich mit dem Thema Diversity und Inclusion dann auch auseinanderzusetzen, tatsächlich, weil man sich natürlich viel damit auseinandersetzt, warum nimmt man überhaupt ein Gendersternchen. Und auch diese ganze Aufregung um das Thema hat mich natürlich sehr interessiert. Und dann habe ich mich immer weiter damit auch auseinandergesetzt, auch quasi die Erkenntnisse, die ich da habe, dann auch in meine Beratungspraxis mit übernommen, sodass wir eben Projekte gemacht haben, auch mit großen Unternehmen, wo wir uns überlegt haben, wie kann man denn etwas diversitätssensibler sprechen und schreiben. Und ja, da ist Partizipation natürlich irgendwie ganz wichtig. Und da wusste man schon, das ist ein Aufregerthema. Man muss das irgendwie möglichst klug angehen, dass man möglichst viele Leute mitnimmt auch. 2018, 2019, das ist ja jetzt schon fünf, sechs Jahre her. Ja, das war noch eine andere Zeit, das war vor Corona, vor den Kriegen, vor oder so MeToo ist gerade gewesen, vor Black Lives Matter. Also da war noch nicht so viel Dampf unterm Kessel, wie wir es heute haben. Wenn du so zurückguckst oder sehe ich das anders? Verkläre ich die Zeit im Rückblick? Ja, also die Aufregung da war natürlich schon groß, weil das da so gerade anfing. Ich meine, interessanterweise denkt man sich aus, jetzt sechs Jahre her, ich meine, wir streiten immer noch über geschlechtergerechte oder gendergerechte Sprache. Also da hätte ich damals gedacht, so komm, in zwei, drei Jahren ist das Thema dann aber auch uninteressant. Und tatsächlich, selbst wenn das kritisch heute gesehen wird, hat sich ja ganz viel geändert in der Sprache. Also nichtsdestotrotz wird zumindest die Beidnennung heute selbst in konservativen Kreisen genutzt. Also man sieht schon eine Entwicklung und das Lustige am Sprachwandel ist ja immer, es fällt einem nicht auf, dass man irgendwas anders macht. Ja, das ist wirklich so. Also ich habe Kinder ein bisschen vor 20, ein bisschen über 20. Und wenn ich sage, früher, als ich 14, 15 war, durfte man das Wort geil gar nicht sagen. Das war ja ein absolutes No-Go. Das haben wir nur irgendwie in der Bushaltestelle gesagt, wo wir wussten, da ist weit und breit kein Mensch. Heute sagen das irgendwie hochrangige Politikerinnen und Politiker. Also die Sprache verändert sich ja. Und du bist mit Sicherheit ja auch nochmal mit einer anderen Sprache aufgewachsen. Wo bist du denn geboren eigentlich? Ich komme vom Niederrhein. Ich bin in Krefeld geboren. Also du bist nicht mal von hier vom Norden. Du hast eine Migrationsgeschichte. Genau. Rheinischer Migrationshintergrund. Ja, aber ich finde auch, manchmal merkt man das auch so ein bisschen, so die rheinische Frohnatur, das stimmt schon irgendwie teilweise. Ja, ich merke das bei dir total. Und ich merke es in deiner Sprache, dass du nicht so das breite Norddeutsche hast, sondern du bist anders artikuliert. Jetzt bist du ja auch noch blond und blauäugig. Und natürlich, da fragt man sich natürlich, was hast du denn mit dem Thema Diversität zu tun? Ja, ja, ja. Ja, also ich meine grundsätzlich. Und Frau natürlich auch. Guck da, also du kannst mich gerne korrigieren in der Sprache, wenn ich keine inklusive Sprache verwende. Ich verstolper manchmal auch einige Dinge. Und aus alter Gewohnheit sage ich auch, Mann, benutze die männliche Form oder habe Sprachbilder oder Metaphern, die natürlich nicht in Ordnung sind. Das ist aber bei mir ganz genauso. Also ich kriege das auch nicht hin, dass ich irgendwie fehlerfrei immer das Gendersternchen oder Doppelpunkt oder so spreche. Ja. Meistens hängt man dann nochmal die weibliche Form hinten dran oder so. Aber das ist ja einfach dann auch ein Veränderungsprozess und da muss man auch Verständnis dafür haben, dass Leute sich halt irgendwie nicht so schnell umstellen können und wollen. Und ich meine, man muss sich, glaube ich, seiner Privilegien bewusst sein, jetzt bei mir in der Rolle, aber ich bin natürlich erst mal eine Frau. Ja. Ich arbeite und habe Kinder. Ja. Da ist das Thema natürlich, so feministische Themen sind bei mir ja schon immer dann auch irgendwie, habe ich mich schon immer für interessiert, auch meine Mutter hat damals auch gearbeitet, zwar nur halbtags quasi als Lehrerin, aber damals sagte sie, das wäre total, das wäre gar nicht gegangen, dass man nach Hause kommt. Die Mutter ist noch nicht da, so. Ja. Und man macht natürlich so seine Erfahrungen im Arbeitsleben einfach als Frau dann auch. Wie bist du denn aufgewachsen? Wie kann ich mir kleine Annika vorstellen? Kleine Annika, also eher auf dem Dorf, also nicht in der Stadt. Eine Schwester habe ich noch und ja, das war eigentlich ganz gerosam, also auf dem Land. Also deswegen. Da haben wir schon mal was gemeinsam. Da habe ich, glaube ich, ein Verständnis dafür auch, dass manche Themen im Land nochmal anders gesehen werden als in der Stadt. Also ich glaube, wenn man in der Stadt aufgewachsen ist, dann hat man vielleicht auch nochmal ein bisschen anderes Mindset. Ich glaube auch, weil natürlich das Tempo in der Stadt, der Austausch, die Einflüsse sind nochmal in der Stadt ganz anders als auf dem Land. Da ist ja das Tempo, die Geschwindigkeit schon ganz anders. Und man hat meistens mit denselben Menschen zu tun. Also es kommt ja wenig Neues dazu. Zumindest war es früher so in meiner Kindheit. Bei dir schätze ich das auch. Ja, ist schon konservativ da, ne? Also ich meine, alles streng katholisch und so. Bist du katholisch? Nee, ich bin gar nicht getauft. Nein. Meine Eltern haben gesagt, also ich habe natürlich die ganze katholische Grundschule und so weiter durchlaufen. Musste auch immer mit in den Gottesdienst, durfte aber nie natürlich dann mit aufstehen und so weiter und so fort. Nachher evangelischen Unterricht gehabt und meine Eltern haben mal gesagt, du kannst ja mal gucken, wenn dich das interessiert, kannst du das ja, kannst ja eintreten sozusagen. Aber wir wollen dich jetzt nicht vorher irgendwie schon da. Das heißt, deine Eltern waren relativ liberal, was das Thema Religion angeht. Bist du in einem Kontext auch aufgewachsen, wo du schon früh gelernt hast, mit Diversität umzugehen? Naja, also von früh auf glaube ich eher nicht. Also das Thema war ja einfach früher so Schulzeit, Hochschule, glaube ich, gar nicht so ein Thema. Ja, ich glaube, es gibt ja verschiedene Arten von Diversität eben auch. Also was, ich habe in Duisburg studiert, da ist man natürlich da nochmal auch in einem anderen Umfeld, wo Sozialwissenschaften habe ich da ja studiert, wo auch unterschiedliche Herkünfte einfach auch eine Rolle spielen und soziale Herkünfte auch so. Da hat sich das, glaube ich, so ein bisschen dann vermischt. Ja, und ich frage das auch nicht nur im Hinblick auf die Herkunft, sondern natürlich auch Geschlechter, vielleicht auch körperliche Befähigung oder Religion. Jetzt, wo du gerade das angesprochen hast, im katholischen Umfeld und ihr weniger katholisch oder weniger praktizierend, das macht ja schon etwas. Auch, dass deine Mutter als Lehrerin gearbeitet hat, ist ja nochmal was anderes als das, wenn sie jetzt zu Hause gewesen wäre die ganze Zeit und wäre jetzt Hausfrau im klassischen Sinne gewesen. Ja, das stimmt schon. Also dass das so dieses, wie man das heute so Female Empowerment nennt, das habe ich schon auch von Hause aus mitbekommen. Also dass man natürlich studiert und so weiter, das war eigentlich klar oder dass man als Frau eben auch einen Beruf ergreift so. Ja. Das ist eigentlich in meinem Umfeld grundsätzlich so gewesen. Wie kam es, dass du dich für Kommunikation interessiert hast? Ja, ich bin ja, ich habe ja Soziologie studiert. Das war aber auch nur so, wie man das damals so hoppla hopp. Ich kannte jemanden, der hat das gemacht und dann bin ich mal mitgegangen und habe gesagt, das ist ja ganz interessant. Das mache ich mal. Heute überlegt man sich ja vielleicht, was will ich denn mal karrieremäßig machen. Das war natürlich da zu der Zeit noch gar nicht. Und ich wollte auch gar nicht, überhaupt gar nicht Professorin werden oder an der Hochschule bleiben, also null. Und bin dann natürlich nach dem Studium erstmal in die Praxis und habe dann eigentlich auch durch so einen Zufall, ich habe ein Praktikum gemacht in der Kommunikationsagentur für Kultur und Kunst und da habe ich dann eben meine Leidenschaft dafür dann entdeckt. Jetzt hast du vorhin gesagt, man macht ja auch mal hier und da Fehler und so wie ich dich kennengelernt habe, bist du ja sehr, ich sage mal hemmsärmlich, wenn du mit dem Thema Diversität umgehst, sehr praktisch und gar nicht so theoretisch und du machst auch Fehler, wenn ich dich richtig verstanden habe, obwohl du Professorin bist. Das war es mit der Karriere jetzt. Das fand ich sehr interessant. Wie gehst du denn mit deinen Fehlern um, wenn du in der Kommunikation, vor allem im Hinblick auf Inklusion und Diversität, Fehler machst? Ja, ich meine, das ist natürlich irgendwie, also Fehler grundsätzlich, das ist ja so eine abgedroschene Floskel, aber dadurch reflektiert man sich natürlich immer nochmal. Also ich kann dir mal so ein Beispiel, im Hochschulkontext ist es natürlich immer so, dass man freut sich immer, wenn Studierende kommen. Und dann gibt es welche, die kommen halt sehr, sehr selten oder sind halt nicht so häufig präsent vor Ort. Und dann sagt man eigentlich, dann denkt man eigentlich so, ja die interessieren sich nicht, das sind so Schlonzis und so weiter und so fort. Es liegt aber ganz häufig daran, dass vielleicht einige ihren Lebensunterhalt auch einfach verdienen müssen und viel arbeiten. Oder dass man sagt, irgendwie man muss im Ausland gewesen sein, sonst ist es im Lebenslauf irgendwie schwierig und so weiter. Und das sind natürlich alles so Aspekte, die kann sich nicht jeder leisten, wenn der das Umfeld einfach nicht hat, weil das sind natürlich Kosten, wo nimmst du es her? Und das sind viele so kleine im Alltag so Aspekte, wo man sich denkt, ach ja, da muss man sich ja dann doch nochmal hinterfragen oder mal sehen, mal so dahinter blicken. Also woher kommt was? Und wir, also mir geht es oft so, dass ich mich ertappe, dass ich halt nicht inklusiv denke und dass ich in einigen Bereichen auch Barrieren schaffe. Und selbst in der Anmoderation unseres Podcastes dann das generische Maskulinum wähle oder auch von Mann spreche und versuche, beziehungsweise dann einige Menschen dann in der Ansprache schon ausschließe. Hab mich natürlich hinterher dann auch dafür entschuldigt. Wie würdest du das handhaben? Ja, also das ist, glaube ich, auch gut. Einfach dann, ich meine, erst mal die Message, ja, dass wir alle nicht perfekt sind, ist ja schon mal ganz gut. Aber und wenn man dann damit umgeht und gesagt hat, irgendwie da ist mir was passiert oder das hätte ich vielleicht anders machen sollen. Das zeigt ja auch eine Botschaft, dass man sich hinterfragt und das nicht alles perfekt ist. Weil ich glaube, viele Leute, die heute sagen, ja, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich sagen darf und so, die haben immer ein bisschen Sorge davor, was falsch zu machen. Und das ist dann natürlich irgendwie keine gute Halte und kein guter Grund, irgendwie sich weiterzuentwickeln, wenn man immer sagt, da sage ich besser jetzt nichts mehr zu, da weiß man ja auch nicht mehr so recht. Deswegen ist so ein guter, entspannter Umgang damit, glaube ich, wichtig. Und man ist aber auch selber bei sich selber auch noch gebeißt. Also ich, gerade bei Frauen ist es ja auch so, das stelle ich bei meinen Studentinnen fest, wir haben sehr viele. Also gebeißt meinst du, dass wir Vorurteile haben. Ja, genau. Die sind dann immer so zurückhaltend und natürlich immer sehr, trauen sich nicht so richtig und so. Das ist anders als, dann haben wir irgendwie drei Männer im Kurs und die melden sich dann immer und sagen, ja komm, ich mach's. Aber die Erfahrung mache ich auch oft in Workshops, dass Männer den höheren Wortanteil haben. Die erzählen, die packen aus und irgendwie so mit dem Unterton, ja, ich kenne das, ich habe da schon alles erlebt. Einmal hat mich eine Kollegin gefragt, sag mal mit der Agentur, das ist doch deine Agentur, die hast du gegründet. Da habe ich gesagt, ja, ich habe die mitgegründet zusammen mit, und habe das dann so erzählt. Dann sagt sie, du Annika, das würde man jetzt nicht sagen. Da würde sie sagen, ja klar, das ist meine Agentur. Ja, natürlich. Also man versucht sich dann immer so, ja, ich will mich jetzt nicht so in den Vordergrund stellen, weil wir waren ja zu dritt. Ja. Was meinst du, woher das kommt? Ja, das ist natürlich irgendwie, ja klar, einfach gesellschaftlich schon wächst man sozusagen dann damit auf. Also genauso wie man sagt, jeder ist irgendwo eigentlich rassistisch, weil man in einem rassistischen Denken sozusagen aufwächst. Und das ist einfach so. Selbst als schwarze Person kann man rassistisch handeln, so wie man als. Weil wir alle so sozialisiert sind. Und dass jetzt Mädchen und Frauen sich vielleicht nicht in den Vordergrund stellen, weil sie dann sonst eben negativ angesehen werden, das ist ja heute auch noch so. Weil es auch etwas Verinnerlichtes ist und im Leben gelebt ist. Wie ist es denn im Hochschulkontext für dich? Gibt es auch Momente, wo du von den Studierenden etwas lernst? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele junge Leute ja auch am Puls der Zeit sind, sich mit den Themen intensiver befassen, aufgrund ihrer Biografie vielleicht. Wie gehst du da ran? Ja, ich versuche ja eh auch schon immer, da so Formate zu schaffen, dass man so quasi sich selber einbringen kann. Beispiel, wir hatten im Aufruf, das ist in einem ehemaligen Kaufhofgebäude in Hannover, hatten wir eine Veranstaltung, Diversity Kiosk, haben wir die genannt und da haben die Studierenden dann die Aufgabe gehabt, sich Workshops, also erstmal hatte ich gedacht, wir machen irgendwie so ein Programm mit Vorträgen und dann haben die gesagt, nö, wir finden es aber besser, wenn wir Workshops machen. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt eigentlich. So, das war ja Punkt eins. Und dann durften sie sich selber überlegen, welche Diversitätsthemen denn für sie wichtig sind und was sie selber einfach machen wollen. Und das hat mich total überrascht. Da war nämlich soziale Herkunft, war ein Thema. Ja. Hättest du das nicht gedacht? Nee, dass das so eins der ersten Themen ist, was da rauskam, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mental Health und psychische Gesundheit ist ja eh, das ist glaube ich relativ präsent auf Instagram und so weiter im Moment. Und so Alltagsdiskriminierung, also wie gehe ich im Alltag damit um, wenn mir was auffällt, wie reagiere ich da und so. Also dieses so Tipps und Tricks für den Alltag. Und die Workshops haben wir dann gemacht. Und ich glaube, die ganze Veranstaltung hätte komplett anders ausgesehen, wenn ich die konzipiert hätte. Ach, guck an. Da bist du also dankbar, dass du den Impuls auch von den Teilnehmenden bekommen hast. Ich glaube nämlich auch, dass Lernen ja keine Einbahnstraße ist, sondern dass wir auch durch Generationsvielfalt viel voneinander lernen können. Wie siehst du das? Ja, das ist sowieso aus meiner Sicht ein total unterbelichtetes Diversity-Thema, diese Generationengeschichte. Also ich meine, der Arbeitsmarkt wandelt sich, Arbeitsplätze wandeln sich, es gibt viele Junge und auch Ältere, die jetzt quasi dann in Ruhestand gehen. Und also wie geht man mit unterschiedlichen Generationen um? Wobei dieses Gen Z und so, also jeder ernstzunehmende Wissenschaftler sagt ja, das ist alles Quatsch. Was ist Quatsch? Ja, dass man sagt, die Generation Z wäre besonders anders als andere Generationen. Ist auch wissenschaftlich widerlegt im Übrigen. Das beruhigt mich, aber es gibt ja viele, die sich darüber aufregen, sagen, die sind so faul, die bringen nichts, die haben keinen Bock zu arbeiten, die lassen um fünf Uhr den Stift fallen und denken an ihre Work-Life-Balance. Das ist natürlich ein Vorurteil, was es gibt. Was sagst du dazu? Ja, also man stellt schon fest, dass man einfach anders ist, als ich zum Beispiel das Studium jetzt abgeschlossen habe. Bei uns hat man damals immer erzählt, mit einem Soziologiestudium, da könnte er dann Taxi fahren. Und dann waren wir immer so Generation Praktikum, sagt man auch. Dann haben wir wie wild überall Praktikum gemacht und geguckt, Arbeitserfahrungen zu sammeln, damit wir bloß irgendwie eine Chance haben. Heute ist natürlich die ganze Perspektive eine ganz andere. Und wenn man quasi weiß, dass man der Arbeitsmarkt, alles steht am Offen, dann geht man natürlich vielleicht auch anders daran und ist nicht so verbissen dann in dem Sinne. Und ich sage mal so, dass man vielleicht heute weniger arbeiten möchte, das ist, glaube ich, ein Thema, das betrifft nicht nur die Jungen. Das ist ja grundsätzlich so. Und ist ja jetzt erst mal nicht verwerflich, oder? Nee. Ich meine, es geht ja um die Gesundheit, um die eigene Gesundheit. Und darauf zu achten, ist ja jetzt erst mal nicht negativ. Oder wie würdest du das bewerten? Ja, wobei, es ist ja, das auf jeden Fall, also dass man auf sich achtet. Aber so ein bisschen, stelle ich bei mir fest, aber das ist auch keine Generationenfrage, einfach so dieser, die Lust am Arbeiten, weil es einem einfach Spaß macht. Das ist ja irgendwie, also diese intrinsische Motivation, nicht zu sagen, irgendwie, ich muss das jetzt, sondern das macht mir einfach Bock. Und deswegen mache ich halt auch so viel. Das ist natürlich schon auch eigentlich ein Geschenk, weil man dann, dann quillt man sich nicht so durchs Arbeitsleben, sage ich jetzt mal so. Ja, und ich glaube, wenn man immer nur darauf schielt, so, oh, wann ist alles vorbei und wann kann ich wieder frei haben? Das ist ja auch so. Ich glaube auch, wenn wir ein Thema gefunden haben, für das wir brennen oder was uns interessiert, sind wir intrinsisch motiviert. Ja, total. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jetzt einer ganzen Generation zuschreiben kann, dass sie da jetzt keine Motivation haben. Vielleicht ein Plädoyer von dir für Generationsvielfalt, weil ich glaube, das ist ja auch gerade in Unternehmen ein Clash, weil die ältere Generation anders tickt, anders denkt, anders lernt und die jüngere Generation spricht anders, hat eine andere Agilität und auch eine andere Energie. Ja, ich meine, grundsätzlich gibt es da natürlich irgendwie Diskriminierung auch nach dem Motto, wie wir es jetzt eigentlich gesagt haben, die Jungen irgendwie, die wollen nicht mehr arbeiten und sind auch nicht mehr motiviert und die Älteren, die können sich ja nicht mehr wandeln und mit der ganzen Technik sind die überfordert und Transformationen kann man gar nicht mehr mit denen machen und so weiter. Das sind natürlich irgendwie Diskriminierungen, die man so im Kopf hat. Wenn wir jetzt ein Konzept schreiben, dann sagen die immer so Zielgruppe, meine Studierenden machen ich mal Zielgruppe so bis 40, danach ist man ja alt und dann sage ich mal, um Gottes Wissenstransfer zum Beispiel angeht in Unternehmen, also ganz viele Leute hören auf und einfach, die haben natürlich auch wahnsinnig viel Wissen und Erfahrung, was auch sehr, sehr hoch zu schätzen ist. Und interessanterweise gibt es eine Studie zu den nordischen Ländern, also Schweden, Finnland, Norwegen und so weiter. Und da ist zum Beispiel nicht das Gender-Thema das relevanteste in Befragungen beim Thema Diversity and Inclusion, sondern Generation Age. Meine These ist, weil die sind einfach mit der Gleichstellung schon ein bisschen weiter. Ja. Die widmen sich jetzt quasi anderen Themen. Im nächsten Thema. Ja, ja. Was ist denn der Vorteil der Generationsvielfalt? Du hast schon ein bisschen gesagt vom Wissenstransfer, aber vielleicht kannst du noch mal einen Vorteil sagen oder mehrere Vorteile, warum es gut ist, mit mehreren Generationen zusammenzuarbeiten und auch zusammen zu sein. Ja, das ist ja im Grunde, wie immer bei Diversity, auch die unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema. Also wenn man immer mit den gleichen Personen, die gleich denken und gleich ticken und den gleichen Hintergrund haben, zusammen ist, dann kommt man eben auch nicht zu den besseren Lösungen. Also ich glaube, wenn man unterschiedliche Altersspannen quasi im Team hat, dann sind einfach die Ergebnisse auch besser. Bin ich davon überzeugt. Ja. Wenn wir noch mal zum Thema Sprache zurückkommen, was ja dein Thema ja auch ist. Wenn wir jetzt über inklusive Sprache sprechen, ich würde mal sagen, im unternehmerischen Kontext kommen wir gar nicht dran vorbei. Irgendwie müssen wir uns mit dem Thema beschäftigen, aber es ist ja trotzdem ein Thema, was gesellschaftlich polarisiert. Wie können wir Unternehmen unterstützen oder motivieren, sich dem Thema zu öffnen? Und wie kann man da rangehen oder wie können wir da rangehen? Ich versuche mal dieses Mann jetzt mal in meiner Sprache wegzulassen, aber wie können wir uns diesem Thema öffnen? Ja, also grundsätzlich glaube ich, ist es schon wichtig, dass man sich überlegt, wie man ja möglichst viele Menschen partizipieren lässt, wenn man sich überlegt, was machen wir denn überhaupt? Und es gibt natürlich nicht alle Themen sind kontrovers. Also zum Beispiel, dass wir diskriminierungsfrei kommunizieren. Das unterschreibt glaube ich jeder, dass man eben nicht mit der Kommunikation diskriminieren möchte. Barrierefreiheit zum Beispiel, ein ganz großes Thema, das auch eigentlich akzeptiert ist. Natürlich möchte man, dass man verstanden wird, gerade in der Unternehmenskommunikation. Wenn man sich fragt, irgendwie die Leute verstehen nicht, was ich eigentlich sagen möchte, ist natürlich dann doof. Ich habe übrigens, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich habe neulich Nachrichten in leicht verständlicher Sprache gehört. Das ist ja total cool. Also ich habe das wirklich vor kurzem das erste Mal gehört. Und wie da Kontexte erklärt werden und wie komplizierte Sachverhalte aus der Weltpolitik erklärt werden, das fand ich sehr überzeugend und beeindruckend. Ja, wobei man da ja nochmal unterscheiden muss zwischen leichter und einfacher Sprache oder verständlicher Sprache, weil die leichte Sprache ist ja wirklich eine sehr geregelte, wobei es da gibt es auch keine wirkliche Norm, aber die ist natürlich nochmal viel, viel einfacher aufgefasst und folgt ganz bestimmten Regeln als die einfache Sprache. Also als jetzt beispielsweise Corona war, da hat man ja regelmäßig dann vom Ministerium als Eltern, was gibt es jetzt für neue Regelungen. Das gab es dann einmal in einfacher Sprache und einmal dann die ausführliche Version, habe ich auch mal die einfache Sprache gelesen, weil da stand halt einfach kürzer und knapper drin, was jetzt irgendwie das Wichtigste ist. Also das glaube ich schon wichtig, aber leichte Sprache natürlich wirklich auch ein Instrument für Menschen mit Lernschwierigkeiten und verschiedene andere Personengruppen, was auch wirklich wichtig ist, dass die überhaupt am Leben teilnehmen können. Und da wird sich auch von den Gesetzmäßigkeiten oder beziehungsweise vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz noch einiges ändern, dass viele Unternehmen verpflichtet werden, eben auch Inhalte barrierefrei anzubieten. Na, das ist ja auch gerade wichtig, wenn wir auf der Suche nach Fachkräften sind, eine leicht verständliche Sprache zu haben. Wenn wir Menschen mit internationaler Geschichte haben und die gerade neu Deutsch gelernt haben, ist es natürlich zugänglich. Ja, ich meine die Personengruppe, für die das relevant ist, viel, viel größer als man denkt. Und selbst für uns wäre es mal irgendwie manchmal gut, etwas ein bisschen einfacher erklärt zu bekommen. Und das war auch, als ich bei der Landeshauptstadt war, war immer der größte, oder ein Argument war ja immer, das macht die Sprache ja mit dem Ständersternchen viel schwieriger zu verstehen. Und da habe ich gesagt, also wenn das Ständersternchen ja das einzige Problem der Verwaltungskommunikation ist, dann sind wir ja gut dabei, weil natürlich Behördenkommunikation häufig sehr kompliziert ist. Ja, ich muss dann Sätze auch mehrfach durchlesen. Und wenn ich es gar nicht verstanden habe, dann schicke ich das nochmal durch Chat GPT und sage, erklär mir das nochmal. Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube, im Unternehmen muss man wirklich ein bisschen breiter auch sagen, für wen bringt das was. Und dann auch zu schauen. Und da bin ich, glaube ich, ja das ist so unser Weg, auch zu schauen, irgendwie was ist akzeptabel oder was machen die Mitarbeitende dann auch gerne mit. Dass man nicht sozusagen mit der Holzhammer-Methode sagt, so, das ist jetzt so und wir machen das alle so, sondern einfach guckt, wie weit ist die Organisation, was ist akzeptiert und dann vielleicht auch mal zu sagen, wir empfehlen gar keine Sonderform, sondern fang doch erstmal an mit Frauen und Männer einfach mal irgendwie in der Kommunikation sichtbar zu machen. Also so Schritt für Schritt. Und wie wird das angenommen? Eigentlich gut. Also, weil wir in ganz unterschiedlichen Kontext natürlich immer gucken, irgendwie was passt halt für die Organisation. Das kannst du nicht eins zu eins irgendwie auf jeden übertragen. Wir haben Verbände teilweise beraten, die haben dann eben nicht mit Sonderform nachher kommuniziert, aber haben festgestellt, dass eigentlich mehr als 50 Prozent ihrer Mitglieder eigentlich Frauen sind. Und dann wäre das vielleicht schön, wenn man auch mal eine weibliche Berufsbezeichnung damit aufnimmt und so. Und bei vielen großen Unternehmen hat das eigentlich besser geklappt, als man denkt. Also es gab da nicht großen internen Shitstorm oder so. Wenn man inklusive Sprache verwendet, spricht man ja mehr Menschen an. Was ist denn die Grundlage, auf der diese Aussage fußt? Die Grundlage? Warum sagt man, oder gibt es Studien oder gibt es Zahlen dazu aus deiner Perspektive, warum inklusive Sprache wichtig ist? Ja, es ist ja gar nicht so gut erforscht, wie man meinen würde, geschlechtergerechte Sprache insbesondere. Aber es gibt natürlich auch einige Studien, die dann eben zeigen, dass sich zum Beispiel Mädchen, wenn sie Berufsbezeichnungen lesen und sie lesen eben nur die männliche Form, sich das viel weniger vorstellen können, diesen Beruf zu ergreifen. Und es gibt schon ein bisschen Forschung auch in dem Bereich. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn wir nur von Männern lesen, dann stellen wir uns natürlich auch nur Männer vor. Also man hat natürlich irgendwie ein bisschen ein Bild irgendwie von Sprache. Und grundsätzlich wollen wir ja, dass Sprache auch ein Ausdruck ist von einem gesellschaftlichen Wandel. Und da müssen wir uns ja natürlich auch oder beziehungsweise gar nicht aktiv, sondern das passiert ja peu a peu, dass wenn wir uns wandeln, dass wir dann auch bestimmte Begriffe vielleicht nicht mehr verwenden oder unsere Sprache eben auch anpassen. Und das passiert ja nur, wenn man kann das ja nicht quasi, man kann es weder verordnen, was ja immer der Vorwurf ist. Es gibt ja keine Sprachpolizei, es gibt auch kein Sprachgesetz und so weiter. Es ist einfach dann die Praxis, also wie die Leute sprechen. Und wenn viele, es gibt so ein schönes Bild vom Sprachwandel als Trampelfahrt. Da kennt man ja so Bilder, da geht es zur Bahn und alle latschen so über den Rasen und der Weg wird immer größer, weil alle darüber laufen. Dann wird es halt ein Weg. Und so ist das mit Sprache natürlich auch. Also es setzt sich das durch, was am Praktikabelsten ist. Ja, genau. Wo gibt es denn aus deiner Sicht den Gender-Zwang? Weil viele sagen ja, ich habe keinen Bock, mich da zu irgendwas zwingen zu lassen. Also ich finde sowieso, Gendern tun wir sowieso ja, wir gendern ja erstmal männlich. Ja, genau. Es gibt ja keine, es gibt ja aus der Sprache heraus, gibt es ja keine Regel, dass man bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen immer das generische Maskulinum verwenden muss. Also das ist ja, das ist ja so eine Gebrauchsgewohnheit. Früher war das ja auch ganz, hat das ja gepasst. Ja, genau. Früher gab es halt nur Professoren, da passte das dann. Aber grundsätzlich, jetzt habe ich die Frage vergessen. Also der Gender-Zwang. Der Gender-Zwang, ach so, ja. Viele sagen, wenn ich mich mal mit Menschen über inklusive Sprache unterhalte, sagen sie, ja, also ich habe keinen Bock auf Gender-Zwang. Ja, ja, ja. Ja, das ist irgendwie so ein komisches Framing mit diesem Gender-Zwang. Gibt es eigentlich nicht, weil wir ja sprechen können, wie wir wollen. Das Einzige ist natürlich, wenn man jetzt bei einem Unternehmen arbeitet und die sagen, das ist halt eben unsere Corporate Language, halte dich bitte dran im Arbeitskontext. Und ich kann ja auch nicht sagen, im Unternehmen, das Logo finde ich jetzt aber doof, die Farbe gefällt mir nicht, ich verwende einfach eine andere, ich nehme jetzt statt Rot-Grün. Da würde auch keiner sagen, ja, pass dich doch bitte an. Das ist halt unser Corporate Design und genauso ist es bei der Corporate Language auch. Also man kann natürlich erwarten, dass Mitarbeitende, wenn sie in einem Unternehmen arbeiten, sich auch an bestimmte Sprachrichtlinien halten. So, was sie dann privat zu Hause machen, das ist ja jedem selber überlassen. Und es gibt, das Lustige ist ja, dass immer von der Sprachpolizei gesprochen wird, wohingegen es eigentlich viel stärker ist, dieses Verbot zu gendern. Also das ist ja die einzige Regelung, die man jetzt zum Beispiel in Bayern dann in bestimmten Kontexten hat, dass man es eben nicht machen darf, dass es dann als Fehler angestrichen wird. Das ist der einzige Zwang, sage ich jetzt mal, eigentlich gegen das Gendern. Du hast vorhin deine Mutter erwähnt, die aus der Zeitung gelesen hat, was du in Hannover angestellt hast. Wie geht sie denn mit inklusiver Sprache um? Kannst du ihr das erklären? Ist es etwas, was ihr leicht fällt? Oder sagt sie, Mensch Annika, lass mich in Ruhe mit dem Spaß? Ja, also ich glaube, sie würde jetzt nicht in der gesprochenen Sprache irgendwie diese Sprechpause machen. Aber natürlich ist ihr, dieses Frauenthema ist ihr sehr, sehr wichtig. Also dass man eben auch nicht nur von Männern spricht, sondern eben auch von Frauen. Das kann sie schon nachvollziehen und beschäftigt sich natürlich auch viel mit Sprache. Sie gibt auch im Übrigen, ist natürlich im Ruhestand auch Deutsch für geflüchtete Menschen. Also sie macht das quasi ehrenamtlich. Und ja, da muss man natürlich auch erstmal gucken. Da wird das nicht das erste Thema sein, was sie da machen. Klar. Wobei das ja, wenn ich jetzt sage, GeschäftsführerInnen ist natürlich für jemanden, der neu Deutsch lernt, einfacher als Geschäftsführer und Geschäftsführerin zu lernen, oder? Also rein sprachökonomisch ist es ja viel sparsamer. Ja. Ich habe tatsächlich mal ein Buch geschrieben 2015, da habe ich überhaupt gar nicht gegendert. Und dann sollte es eine Neuauflage geben vom Verlag. Und da habe ich gesagt, okay. Und da habe ich gedacht, Mist, jetzt muss ich das ganze Buch gendern, weil es ist ja sonst natürlich, geht gar nicht. Und habe das auch gemacht. Und das, also wenn man es einmal so drauf hat und man kann die verschiedenen Varianten auch einfach nutzen, dann wird der Text auch nicht unleserlicher, weil man kann ja aus dem vollen Schöpfen der deutschen Sprache und man muss nicht immer überall dann irgendwie Sonderzeichen verwenden. Von daher, das geht auch. Was kannst du Unternehmen noch raten, wenn sie ihre Sprache verändern wollen, wenn sie inklusiv sprechen wollen? Weil das ist ja tatsächlich das, was ich auch mitbekomme. Unternehmen wollen sich verändern, wollen ihre Sprache, ihre Kommunikation intern und extern verändern, wissen aber nicht wie. Was sind so deine Tipps? Vielleicht hast du ja irgendwie einen Drei-Punkte- oder einen Fünf-Schritte-Plan. Ja, genau. Ja, also ich glaube, es ist total wichtig, erstmal eine grundsätzliche Haltung abzuleiten aus den Werten, die das Unternehmen sowieso hat. Also viele Unternehmen haben ja eine Nachhaltigkeitsstrategie zum Beispiel. Und ja, Nachhaltigkeitsziel 5, Geschlechtergerechtigkeit oder sie haben einen bestimmten Purpose, nennt man das ja, einen bestimmten Sinn und Zweck, eine bestimmte Mission. Und da findet sich halt ganz viel drin, wo man einfach sagen kann, dann müssen wir uns aber auch so in der Kommunikation verhalten. Also dann hat man erstmal so den Grund, ja, warum machen wir das überhaupt? Und dann muss man, glaube ich, gucken, dass man einfach schaut, einen gangbaren Weg zu haben. Also nicht irgendwie, dass man die Leute überfordert, hat, dass man auch viel Hilfestellung gibt und einfach guckt, so kann man es dann auch pragmatisch umsetzen. Also dass man jetzt nicht irgendwie sagt, wir verbieten ganz viel oder also wirklich einen gangbaren Weg zu finden. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, dass man sich auch nochmal individuell anschauen muss, so die verschiedenen Arbeitsbereiche, wie kann das dann auch wirklich gut funktionieren. Also wir haben zum Beispiel für Deutsche Post DHL, da haben wir die begleitet bei der Sprachentwicklung. Und da gibt es, kennt man vielleicht auch, so ein Produkt, das nennt sich der Wunschnachbar. Da kannst du angeben, wer das Paket, ne? Und dann haben die auch gesagt, oh, das ist jetzt ein Produkt und da haben wir, da müssen wir das ja, Wunschnachbar ist ja jetzt auch nicht inklusiv. Da haben wir gesagt, komm, lass das einfach mal. Wenn ihr das irgendwann umbenennen wollt, dann könnt das machen so, ne? Aber dass man wirklich auch ein bisschen einfach hands-on guckt, was funktioniert halt einfach. Das heißt, was passt besser zum Unternehmen, dass wir sozusagen diesen Kontext nicht aus dem Blick verlieren. Wie wird das von den Unternehmen angenommen? Weil die haben ja auch irgendwie ein Ziel oder einen Wunsch. Meistens gibt es ja einen Vorfall oder irgendwas ist passiert und dann gibt es einen inneren Schmerz, um Dinge verändern zu wollen. Wie gehen die dann damit um, wenn du so etwas Praktikables dann für sie präsentierst? Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn wir das wirklich gut begleiten, dass es dann immer ganz gut funktioniert, weil wir die entsprechenden Leute auch mit einbeziehen. In manchen Unternehmen gibt es Netzwerke oder dann eben das Marketing, die Personalabteile und so weiter. Also alle Bereiche mit einbeziehen, die die Sprache auch zu tun haben, damit man die unterschiedlichen Perspektiven schon mal direkt mitnimmt. Ja, grundsätzlich glaube ich, hatte das ganze Diversity-Inclusion-Thema manchmal so ein bisschen noch ein Image-Problem dahingehend, dass man immer denkt, es geht nur um geschlechtergerechte Sprache. Das ist es ja nicht nur, sondern es geht ja auch grundsätzlich um Wandel einfach im Unternehmensverhalten und so weiter und hat ja verschiedene Aspekte. Also viele denken immer, ach Diversity-Inclusion, das ist ja das mit der gendergerechten Sprache. Oder die sagen, das ist ja das mit im Juni, wenn wir dann immer die Regenbogenflagge haben. Also teilweise ist es dann ein bisschen verkürzt und da muss man auch nochmal das in einen größeren Kontext setzen, glaube ich. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, das Thema zu kommunizieren, weil viele sagen, oh, geh mir weg mit Diversity. Aber es ist ja da. Es ist ja eine Realität, mit der wir leben. Was rätst du Unternehmen denn, das intern zu kommunizieren und den Menschen auch Lust auf das Thema zu machen? Also ich sage ja auch immer, Lust auf Vielfalt, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wie siehst du das? Ja, absolut. Also viele Unternehmen sagen immer, ja, wir sind aber noch nicht so weit. Also bei uns so Frauenquote und so weiter und so fort. Und wenn man dann mal ein bisschen weiter schaut, was verschiedene Diversitätsdimensionen angeht, sind die eigentlich schon weiter, als sie denken. Also sie arbeiten zum Beispiel total international, haben irgendwie Standorte im Ausland und arbeiten mit denen zusammen. Oder die haben sehr viel, die haben Azubis und ältere Mitarbeiter, die seit Generationen sozusagen in den Familien schon im Unternehmen sind. Oder die haben Aufsteigergeschichten. Ja, also Leute, die eine tolle Karriere gemacht haben, aber jetzt keinen akademischen Background hatten oder so. Also das Thema ist viel, viel breiter und da kann man dann auch ansetzen. Weil ich glaube, man muss aufhören zu sagen, dadurch, dass wir noch nicht so weit sind, deswegen machen wir erstmal gar nichts. Man kann ja irgendwo auch mal anfangen und kann sagen, wir widmen uns jetzt vielleicht dem Thema, was für uns gerade irgendwie relevant ist. Wie kann man denn so eine Reise beschreiben für ein Unternehmen? Für viele ist das Thema ja auch nicht greifbar. Wir sagen, okay, wir müssen uns jetzt dem Thema stellen und dann haben viele ein diffuses Bild vor Augen und denken, okay, wir machen jetzt meinetwegen, wir verteilen Flyer oder geben irgendwie so ein... Oder machen eine Diversity Week. So, genau. Und dann ist das Thema... Oder einen Workshop, dann haben wir es ja. Oder es gibt eine Diversity-Impfung und dann wissen alle Bescheid, ne? Oder Tabletten oder so. Ja, genau. Das Thema gegessen. Aber wie können sich Unternehmen diese Reise vorstellen, aus deiner Sicht? Ja, also ich glaube, Reise ist ja schon mal eine gute Metapher, ist natürlich auch irgendwie sehr häufig genutzt und so weiter. Aber man muss halt permanent dran arbeiten und das hat natürlich auch Gründe, weil ich meine, das größte Problem der Wirtschaft ist der Fachkräftemangel. Also wie kann ich Menschen fürs Unternehmen gewinnen und die guten oder die ich behalten will, auch behalten? Das sind zum Beispiel ja ganz handfeste betriebswirtschaftliche Themen, mit denen man sich widmen sollte. Und ich glaube, da kriegen Unternehmen auch ein wahnsinniges Problem, weil die natürlich auch das Potenzial auf dem Arbeitsmarkt natürlich auch irgendwie für sich ausschöpfen. Das klingt natürlich jetzt sehr, 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 sehr technisch, aber ist natürlich wichtig. Und ja, man muss halt permanent dran arbeiten. Man braucht eine Strategie, man braucht auch Ziele. Also es ist quasi ein strategischer Prozess eigentlich, den es braucht und der dann auch permanent weitergeführt wird. Und ja, das ist glaube ich wichtig, dass man sich da ja auch wirklich nachhaltig dran setzt. Und wie kann so eine Nachhaltigkeit oder so eine Strategie aussehen? Also wie lange dauert so ein Prozess? Ist das, in einer Woche ist es ja nicht getan, haben wir gerade festgestellt, aber ist das ein Prozess, der geht ein Jahr, der geht zwei Jahre? Wie viele Ressourcen braucht man als Unternehmen dafür? Wie viel Geld? Da gibt es ja, ich meine, da ist ja alles drin von bis. Aber wie kann man da so etwas, bei so etwas vorgehen? Ja, ich meine, das ist natürlich ein fortlaufender Prozess, wo es dann auch, ich meine, im Grunde genauso wie Nachhaltigkeitsengagement, Sustainability, ich meine, das hinterfragt heute auch keiner mehr, dass es eine Abteilung ist oder braucht, die sich mit dem Thema auch längerfristig auseinandersetzt. Also ich glaube, wir haben ja mit Diversity 365 so eine Idee oder ein Konzept geschrieben, wo man sagt, man muss sich mal ein ganzes Jahr mit dem Thema auseinandersetzen. Aber danach ist es, glaube ich, auch nicht vorbei. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, ob es eine Diversity Manager im Unternehmen gibt oder das irgendwie angeknüpft ist an People and Culture, sagt man ja heute, oder HR klassisch, oder an die Kommunikation. Also man muss, glaube ich, gucken, dass man mal eine Struktur schafft und dann sich auch die verschiedenen Bereiche anschaut, um dann eben besser zu werden in den verschiedenen Themen. Das heißt, einfach schon mal den ersten Schritt gehen, die Tür aufmachen und dann überlegen, was haben wir? Ja, genau. Und wo wollen wir hin? Vielleicht so in dieser Form. Wie wichtig ist eigentlich in diesem gesamten Kontext Vielfalt, Diversität, Inklusion, Humor? Ja, so oder so. Du kommst ja aus dem Rheinland, schon wieder ein Vorurteil. Ja, genau. Der rheinische Humor. Also ich glaube, grundsätzlich, man muss das Thema total positiv angehen, weil ich glaube, immer dieser Blick auf, was läuft noch nicht so gut und wir haben alle Vorurteile und so weiter, das ist irgendwie der falsche Angang. Das muss Spaß machen und man muss auch irgendwie erkennen, was bringt das jetzt für mich selber so und auch mit einer gewissen Lockerheit daran gehen. Auf der anderen Seite finde ich, was jetzt die Kommunikation angeht, sollte man mit Humor sehr, sehr vorsichtig sein. Es wird immer irgendwie empfohlen, ja, da müsst ihr irgendwie Diversity-Themen ganz humorvoll irgendwie kommunizieren. Da wäre ich vorsichtig, weil man dann natürlich auch ganz schnell irgendwie daneben greifen kann, weil Humor ist natürlich ein sehr schmaler Grad und wir haben es dann doch natürlich mit Themen zu tun, die für viele Menschen sehr persönlich sind und wo sie auch sehr sensibel reagieren und den falschen Zungenschlag, den falschen Witz oder so, das kann dann schön auch mal nach hinten losgehen. Also man muss es schon ernsthaft nehmen, aber positiv ernsthaft. Ich habe auch oft festgestellt in meinen Workshops, aber auch in meiner persönlichen Befassung mit dem Thema, es gibt natürlich auch schmerzhafte Bereiche, wenn man sich mit Diversität befasst, ist das Thema Diskriminierung, ja, gehört einfach dazu, weil es ja was mit Ausschluss und mit Einschluss zu tun hat und Diskriminierung ist immer schmerzhaft, wenn Menschen das erlebt haben und erfahren haben und dann da Humor noch reinzubringen, ist schwierig. Das ist schwierig, ja, genau. Und ich habe zum Beispiel auch, ich meine, das Thema soziale Herkunft, da gibt es ja auch gute Organisationen, die Menschen coachen und Mentoring-Programme haben und im Unternehmen ist das natürlich, das ist natürlich auch immer irgendwie so ein Frame, wo man sagt, wow, der hat es geschafft, so vom Tellerwäscher zum Millionär, wie es in den USA dann immer so ist. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, ich möchte da gar nicht, hatte ich nämlich letztens auch mal eine Frau, die sagte, ja, ich hatte auch eine ganz schwierige Vergangenheit, aber ich möchte da gar nicht mehr drüber sprechen, ich möchte das für mich abschließen, ich möchte da nicht drüber angesprochen werden und so als Role Model genutzt werden dann für dieses Thema, also das ist ja dann auch völlig in Ordnung und du kannst, auch was das Thema Audit angeht, jetzt mal im Unternehmen zu schauen, wie divers sind wir eigentlich, bestimmte Punkte kannst du ja gar nicht abfragen, du fragst ja nicht ab, Entschuldigung, wie war denn so Ihr Elternhaus, wo kommen Sie denn her oder Ihre sexuelle Orientierung bitte, das fragst du ja, das darfst du ja auch gar nicht und es ist ja gut, dass ein Arbeitgeber das nicht weiß und deswegen muss man da halt immer ein bisschen gucken. Das ist ja, glaube ich, so ein Audit ist ja auch eine schwierige Sache, also nicht nur, was den Datenschutz angeht, sondern wie stellen wir so einen Audit auf, also welche Aspekte nehmen wir, was wollen wir eigentlich wissen, das ist ja auch so ein weites Thema. Ja, absolut, also da gibt es natürlich, gerade so Geschäftsführungen wollen natürlich dann immer KPIs, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter und das ist manchmal schwierig. Ich glaube, da geht es dann auch mit Mitarbeitenden, Befragungen und so weiter, kann man glaube ich mehr erreichen, dass man sagt, irgendwie dieses Inklusionsgefühl oder ich sage jetzt mal das Zugehörigkeitsgefühl, was ja eigentlich das Ziel ist von allem, was man tut im Bereich Diversity und Inclusion ist irgendwie gestiegen, ja, die Leute arbeiten gerne hier und fühlen sich verbunden an dem Arbeitgeber. Ich glaube, da gibt es eher, muss man stärker qualitativ rangehen, als nur Zahlen, Daten, Fakten zu ermitteln. Und das ist auch ein Teil des Prozesses dann am Ende. Ja, genau. Kommen wir noch einmal zum Thema inklusive Sprache, weil das ist etwas, worauf ich mich gefreut habe, dass wir uns nochmal austauschen können, weil Kommunikation ja dein Thema ist, dass wir das vielleicht nochmal abschließen können. Es gibt ja Argumente für und Argumente gegen eine inklusive Sprache oder geschlechtergerechte Sprache. Welche Argumente sprechen eigentlich dagegen aus deiner Sicht? Ja, also das ist ja häufig beim Thema Diversity und Inclusion kommen unterschiedliche Dimensionen, wenn ich es mal so sagen kann, auch sich nicht in die Quere, aber da muss man natürlich gucken, einen guten Weg zu finden. Also ich sage mal so, dass Gendersternchen oder diese Sonderformen sind natürlich teilweise problematisch, wenn du zum Beispiel so Vorleseprogramme hast oder dieses Screenreader, das war immer noch nicht so wirklich gut gelöst, weil das dann teilweise eine Pause gibt oder das Gendersternchen wird mitgelesen. Also für Menschen, die solche Tools brauchen, solche Hilfstools, ist geschlechtergerechte Sprache mit Sonderform nicht so dolle. Wobei ich dann auch immer sage, da müsste sich dann die Technik dann auch mal entwickeln, anstatt dass man sagt, wir verzichten darauf. Im KI-Zeitalter. Genau, genau. Und natürlich ist es auch so, dass viele Menschen, die vielleicht dann auch, ja, vielleicht auch schon älter sind und sagen, wir sprechen jetzt so lange irgendwie schon so und es fällt uns schwer, sich umzugewöhnen, weil ich sage mal so, der Sprachlernprozess ist ja auch irgendwann abgeschlossen. Ja. In dem Sinne, dass man so gravierende Eingriffe dann einem nicht mehr so leicht fallen. Und da gibt es schon, ja, da gibt es schon auch Argumente dagegen, die auch durchaus ernst zu nehmen sind. Und dass man halt irgendwie versucht, da irgendwie einen Ausgleich zu finden und in der Sprache vielleicht auch jetzt nicht in jedem Satz irgendwie drei Sonderformen unterzubringen, sondern nur ab und zu und so weiter und so fort. Also man muss oft so aushandeln, glaube ich, was der beste Weg ist. Und dein Argument für eine geschlechtergerechte beziehungsweise inklusive Sprache? Ja, ich meine, das große Argument ist natürlich, dass Sprache auch das Denken prägt. Und was man sagen kann und was gesagt wird, findet natürlich auch irgendwo statt, bekommt eine bestimmte Sichtbarkeit und beeinflusst natürlich auch das, wie wir die Welt sehen. Also Denken und Sprache hängen da natürlich eng miteinander zusammen. Und wenn wir immer nur von Männern sprechen, sage ich, im generischen Maskulinum, dann macht das natürlich auch irgendwie was mit der Weltsicht. Und ja, ich meine, es ist ein ganz einfacher Weg, jemandem respektvoll gegenüber zu treten. Ich meine, das kostet nichts, da muss man sich nicht groß umstellen, sondern es ist einfach eine Form der Höflichkeit, finde ich. Und das würde man so im Alltag ja auch machen, dass man die Menschen eben so anspricht, wie sie das gerne wollen. Und von daher ist das einfach auch nur höflich, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir jetzt den Blick auf die Welt verlassen und nach vorne gucken in die Zukunft, was ist so deine Vision von inklusiver Sprache? Wo siehst du die inklusive Sprache, sagen wir mal, in zehn Jahren und in 25 Jahren? Ja, ich habe immer gesagt, das generische Maskulinum gibt es da nicht mehr. Also das glaube ich wirklich, das ist so der gemeinsame Konsens, wo man sagen kann, wir verwenden das nicht mehr. Grundsätzlich kann ich natürlich auch nicht in die Zauberkugel gucken, welche Form sich irgendwie durchsetzt. Aber ich glaube, wir werden viel, viel inklusiver sprechen, was Geschlechter angeht, aber auch andere Themen, dass wir versuchen eben sehr viel auch verständlicher zu kommunizieren und so weiter. Und ich glaube auch einfach dadurch, dass auch Internationalität und so weiter Sprachen lernen, Deutsch ist ja eine schwierige Sprache, aber auch in den anderen Sprachen wird ja auch irgendwie mit dem Thema, wird sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich glaube schon und das ist auch, also es hat sich ja auch schon was getan, selbst wenn alle konservativen Kräfte sagen, Genderstärchen ganz furchtbar und Doppelpunkt auch, irgendwie alles ganz schlimm. Ich glaube, es spricht heute auch keiner mehr, auch in der Politik, mehr von Bürgern. Ja. Außer die eine Partei, ne? Also natürlich sagt man liebe Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler und so weiter. Und das ist ja über 50 Prozent der Bevölkerung. Also das hat man zumindest schon mal erreicht, dass man sich mal ein bisschen überlegt, will, habe ich eigentlich vor mir. Welche internationalen Institutionen haben sich denn schon der geschlechtergerechten Sprache beziehungsweise der inklusiven Sprache angenommen? Ja, es gibt zum Beispiel ganz gute Unterlagen auch, wenn man sich mit internationalen Aspekten auseinandersetzt von der UN. Da gibt es zum Beispiel in allen Amtssprachen, gibt es auch Hinweise, Workshop-Tipps und so weiter auch auf der Website abrufbar. Ich glaube, ja, Deutsch ist da ja keine Amtssprache, aber Englisch, Französisch, Russisch, Chinesisch und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele Informationen dazu. Alle, sage ich mal, im institutionellen und politischen Bereich natürlich. Die sind da auch, und auch die Verwaltungen sind da mal führend. Man sagt ja immer Verwaltungen, die sind so hinter dem Mond und Digitalisierung läuft da nicht. Aber gerade bei diesen Themen einfach, weil es dann auch gesetzliche Regelungen gibt, sind die einfach da weiter. Zum Beispiel, welche Behörden? Also gibt es Behörden oder beziehungsweise Organisationen, wo du denkst, da hätte man eigentlich nie gedacht, dass die sich für inklusive Sprache interessieren? Ja, also es ist ja zum Beispiel sowohl an den Hochschulen als auch in Behörden und in Verwaltung ist es ja zum Beispiel auch Barrierefreiheit Pflicht. Also in Hannover gab es zum Beispiel, dann wurde eine Kollegin eingestellt, die auch Expertin ist für leichte Sprache und die hat dann zum Beispiel die ganzen Seiten dann auf Hannover.de übersetzt, wie man zum Beispiel an der Wahl teilnimmt und so weiter. Das sind ja ganz wichtige Informationen. Absolut, absolut. Und das ist da schon verpflichtend, auch visuelle Barrierefreiheit und so weiter. Und da kann man sich dann natürlich als Unternehmen auch mal vielleicht was abgucken. Du hast jetzt die UN angesprochen. Wie sieht es mit der NATO aus? Ich bin mir sicher, dass es da auch schon Hinweise gibt. Ich meine, es ist natürlich immer die Frage, die Sprachen sind ja ganz unterschiedlich. Im Englischen ist es natürlich viel, viel einfacher. Da sind die, ich sage jetzt mal, die Veränderungen dann nicht so, müssen nicht so stark sein. Aber ich bin mir sicher, dass gerade auf diesen ganzen institutionellen Ebenen da auch schon drauf geachtet wird. Es ist ja wichtig, um auch neue Mitarbeitende. Du sprichst von Mankind, sprichst von Mankind und so. Annika, ich fand das sehr spannend, mich mit dir jetzt mal über Sprache zu unterhalten. Vor allem auf eine relativ… Nicht auf Platt. Da bin ich dann raus. Das ist ja nicht barrierefrei. Ja, ja, stimmt. Wie findest du überhaupt das Wort barrierefrei? Weil im Englischen spricht man ja von Accessibility, also von Zugänglichkeit. Das ist ja eine ganz andere Perspektive. Gibt es da irgendwie Ideen, das vielleicht zu verändern oder wie schließt du überhaupt dazu? Also bei DHL zum Beispiel, bei DHL Group heißen sie jetzt, muss ich auch richtig sagen, da haben wir auch Zugänglichkeit. Das genannt, finde ich eigentlich einen ganz guten Begriff. Man sagt dann immer, also die Debatte ist halt eigentlich eher, sagt man barrierefrei oder barrierearm, weil ganz barrierefrei kann man manchmal nicht erreichen, aber das ist natürlich das Ziel und so weiter. Ja, ich glaube, das ist, da muss man ganz pragmatisch sein, das ist sozusagen der Fachbegriff, aber Zugänglichkeit macht es natürlich nochmal ein bisschen offener, weil nicht jeder sagt, ich habe Barrieren in meinem Leben und die überwunden werden, aber einen Zugang zu etwas zu haben, das wünscht sich doch eigentlich jeder Mensch. Ja, und zu gucken, wie zugänglich ist das. Aber ich finde es gut, dass du sagst, da muss man einfach ganz praktisch denken, dass wir vielleicht das Rad nicht komplett neu erfinden, aber versuchen, die Perspektive zu ändern. Ich fand, wir haben ganz gut auch gelacht heute in unserem Gespräch. Wie wichtig ist es bei diesem Thema, wir haben ja vorhin schon über Humor gesprochen, Thema Diversität ist oft ein emotionales Thema, hat oft mit Verletzungen, mit Diskriminierung zu tun, haben wir eben ja auch darüber gesprochen. Wie wichtig ist es dennoch, da etwas Dampf rauszunehmen aus der ganzen Thematik? Ja, das ist total wichtig, dass man eben das Positive betont und vielleicht auch ein bisschen die Sorge nimmt, dass man sich irgendwie wandeln muss. Es gibt ja diese drei Aspekte, wenn der Mensch irgendwie, es gibt entweder Flucht oder man erstarrt oder man schlägt zurück sozusagen. Das sind ja diese menschlichen Urinstinkte und da muss man ein bisschen gucken, dass man versucht, ja auch den Wandel irgendwie gut zu begleiten, dass die Leute eben nicht total erstarren so nach dem Motto, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll oder sagen irgendwie, dass diese blöde Gendersprache, das geht mir irgendwie auf die Nerven, dass man versucht, die Leute einfach mitzunehmen. Ja, vielleicht noch einen vierten Schritt einbauen. Einmal ein- und ausatmen. Ja genau, einmal mal ruhig bleiben und sich das Ganze ankommen. Ich würde gerne noch mal Werbung für dein Buch machen, was du geschrieben hast, weil ich finde, das zeigt noch mal sehr gut, wie wir mit dem Thema Diversität umgehen können. Also auf der einen Seite Fakten, aber auch gute praktische Anweisungen. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zum Titel und zu dem Buch sagen und wo man das bekommen kann, wo wir das bekommen können. Ja, das ist bei Springer Gabler erschienen, heißt Diversity and Inclusion in Strategie und Kommunikation. Das habe ich eigentlich geschrieben, weil es so wenig Deutschsprachiges gibt. Also es gibt viel in den USA natürlich irgendwie und ja, umfasst eigentlich alles, was Kommunikation angeht, aber auch was Diversity-Strategie angeht und auch die Dimensionen. Es sollte gar nicht so lang werden, aber es sind dann irgendwie 350 Seiten oder was fast geworden, weil das Thema halt so umfassend ist. Ja, und man muss es gar nicht von Anfang bis zum Ende lesen. So bin ich dann nämlich dran, man kann auch tatsächlich mitten reinspringen und gucken, welches Thema interessiert mich gerade. Und ich habe es versucht, nicht so kompliziert zu schreiben. Das ist nämlich ein Thema in der Wissenschaft. In Deutschland versuchen die immer so, also die deutsche Wissenschaft ist schon extrem, auch wenn sie publizieren, je komplizierter, umso hochwertiger, umso intelligenter ist das dann. Und in den USA beispielsweise wird es sehr einfach. Da sind auch die wissenschaftlichen Bücher viel einfacher geschrieben und daran habe ich versucht, mich ein bisschen zu orientieren. Es ist dir sehr gelungen. Es ist nicht nur für Experten da. Ja, nein, nein. Und Expertinnen natürlich. Und Expertinnen, genau. Es ist dir sehr gelungen, weil ich hing da wirklich dran und habe das durchgelesen und durchgearbeitet, die einzelnen Kapitel. Und das ist wirklich sehr praxisnah, fand ich. Und ganz praktisch und pragmatisch. Das freut mich. Ja, wirklich. Also ich empfehle allen, die sich mit dem Thema befassen wollen. Und das ist nicht ein Buch, was man von vorne bis hinten durchlesen muss, wie gesagt, sondern das ist eher etwas, wo man nachschlagen kann. Ja, mein Mann muss das von vorne bis hinten durchlesen, weil er dann immer Korrekturen machen muss. Das finde ich sympathisch. Ja, genau. Aber wir können wirklich vieles daraus lernen. Und ihr könnt natürlich Annika Schach auch folgen auf Instagram. Und Segmenta könnt ihr natürlich auch folgen und gucken, was die alles so anstellen. Und seit einiger Zeit haben wir ein Projekt zusammengestartet. Da solltest du lieber Werbung für machen und nicht ich. Ja, da hatte ich eben schon angerissen. Diversity 365, wo wir unsere Kompetenzen mal zusammengeschmissen haben und haben gesagt, wir überlegen mal, wie ein Unternehmen sich vielleicht mal ein ganzes Jahr mit dem Thema auseinandersetzen kann. Segmenta und Never Walk Alone. Ja, also abonniert den Kuddelmuddel-Podcast, kommentiert, liked, folgt uns auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Möchtest du noch irgendeine Botschaft loswerden? Ja, genau. Nee, also es hat mich sehr gefreut, dass ich hier eingeladen war und sage vielen Dank. Ja, danke für deine Zeit, Annika.